Du, wie wollt ihr euch denn jetzt bekingern? Gar nicht. Aber... Für mich existiert sie nicht mehr. Zumindest Mo, meine Frau. Bist du betrogen? Na und? Auf jeden Fall. Und es ist genau dieses Gen, das uns zu dem macht, was wir sind. Erfolgreich, gut aussehend und natürlich ungemein bescheidig. Wo kommt denn das her? Ich hab mich erinnert. Was soll das heißen? Meine Mutter... Die hat mich angefasst. Als ich ein Kind war, die... Wieso fällt dir das heute ein? Das ist ja... Das ist ewig her, oder? Adam, der hat sich nicht gestoßen. Das war meine Mutter... Der stellst dich doch ständig irgendwo an. Was soll denn deine Mutter mit dem Angestellter haben? Du was gib mal nicht mal zu, wenn es wahr wäre. Komm, lass uns einfach nicht drüber reden. Markus, du hast damit angefangen... Komm, wir tun einfach so, als wär's nicht gewesen. Was hat das mit mir gemacht? Was kann ich tun? Du warst immer so verschlossen. Wirklich? Was habt ihr gemacht? Wir haben gar nichts gemacht. Vergiss es nie, dass du dich zwar eines anderen wie ich und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Bei der Partnerwahl, haben Sie sich da mehr für eine Ehefrau oder für eine Mutter interessiert? Boah, das ist doch jetzt eine fiese Frage, ey. Mhm. ... dass ich mein Bestes getan habe. Selbstverständlich, du hast alle gerettet. Die Menschen bezeichnen sie als Helden. Ich fühle mich nicht wie ein Held. Zeigen Sie uns ihr Capes, Uwe Sully! In der Presse wird schon zu viel spekuliert. Diese Aufmerksamkeit...